Bald ist Urlaubszeit, was ich zum Anlass genommen habe, mich zumindest spielerisch wieder auf die ein oder andere Exkursion zu begeben, wovon ich euch in diesem Video gerne berichten möchte. Viel Spaß dabei! Hallo liebe Freunde des vergnüglichen Eskapismus sowie natürlich des gepflegten Brettspiels. Ich bin Steffen und bevor jetzt ein Aufschrei durch die Reihen der Zuschauenden geht und ihr euch fragt, was macht denn der Steffen da schon wieder auf der Bildfläche, wo ist denn der Flo? Ich kann euch beruhigen, dem Flo geht's gut, der Flo hat lediglich alles richtig gemacht. Der hatte sich nämlich schon in den Urlaub verabschiedet und hatte uns jetzt nach seiner Rückkehr mehr oder weniger glaubhaft versichert, im Urlaub doch nicht allzu viel gespielt zu haben, weshalb ich hier jetzt sozusagen eine nachträgliche Urlaubsvertretung mache. Ja, und da dachte ich mir, wenn die Kollegen schon in den Urlaub fahren, machen wir es uns hier doch zumindest ein bisschen schön und schauen mal, was ich in letzter Zeit so gespielt habe. Viel Spaß! Ich habe mir gedacht, es könnte vielleicht eine gute Idee sein, eine der weitesten Reisen gleich zu Anfang durchzuführen und deswegen sind wir zu 5 zum Roten Planeten aufgebrochen. Ja, das Spiel ist schon ein bisschen älter, von 2016 ursprünglich, war ja dann auch mal eine Zeit lang out of print und hat dann eine Neuauflage durch Hunter and Friends erfahren. Vielleicht kurz zum Aufbau des Spiels. Wir haben einen runden Spielplan, das ist die Mars-Oberfläche mit verschiedenen Regionen. Dann haben wir eine Raketen-Startrampe, da stehen immer diverse Raketen in Form von Karten bereit und jede Rakete hat ein festes Ziel in Form einer Region auf dem Mars aufgedruckt. Und jeder Mitspielende hat dann noch eine ganze Menge von so kleinen Plastik-Astronauten. Und es geht jetzt darum, unsere Astronauten da möglichst vorteilhaft für eine Mehrheitenwertung auf der Mars-Oberfläche zu verteilen. Das machen wir mithilfe dieser Raketen. Jeder Mitspielende hat ein Deck aus 10 Karten, das ist für alle Mitspielenden gleich. Wir sind durchnummeriert von 1 bis 10, wobei die Karten mit höheren Zahlen eher schwächere Aktionen auslösen und die mit den niedrigen Karten eher die stärkeren Aktionen. Und das läuft dann so ab. Am Beginn jeder Runde wählt jeder Mitspielende eine seiner Karten aus, legt die verdeckt vor sich hin. Wenn wir das alle gemacht haben, werden wir die gleichzeitig aufgedeckt. Und dann werden diese Karten in absteigender Reihenfolge abgehandelt. Und ja, mithilfe dieser Karten können wir vor allem Astronauten in den Raketen platzieren. Oder wir können Astronauten, die sich bereits auf der Oberfläche befinden, in andere Regionen verschieben. Oder wir können auch Sabotageakte durchführen, zum Beispiel eine Rakete komplett in die Luft sprengen. Und ja, dadurch, dass die Karten in der Reihenfolge abgehandelt werden, kann es natürlich passieren, wenn ich mir jetzt eine stärkere Aktion vorgenommen habe, also mit einer niedrigen Zahl, dass bis ich dann dran bin, ich das gar nicht mehr durchführen kann, was ich da vorhabe. Weil vielleicht schon entsprechend viele Raketen vorher gestartet sind. Die starten nämlich, wenn sie voll besetzt sind. Oder jemand hat vielleicht schon eine Rakete in die Luft gesprengt, sodass im Endeffekt gar nicht mehr genug Raketen für meine Aktion vorhanden sind. Das macht das Spiel natürlich so ein bisschen swingy an der Stelle und kann natürlich auch zu ein bisschen Verdruss führen, wenn das einem häufiger passiert. Also, dass man seine Aktionen nicht mehr wie gewohnt durchführen kann. Und natürlich, es gibt dann mehrere Wertungen im Lauf des Spieles und da wird immer geguckt, wer hat die meisten Astronauten in einer Region auf dem Mars. Und je nachdem, bekommt man dann die Rohstoffe von dieser Region. Die haben auch eine unterschiedliche Wertigkeit. Und je nachdem, also ob einen die anderen dann in den eigenen Regionen eher in Ruhe lassen oder ob man sich da battelt um bestimmte Regionen mit anderen, dann ist das natürlich für beide eher ein Verlust. Also, da kommt es halt immer sehr auch darauf an, was die anderen machen, ob man es da schafft, genügend Mehrheiten zu erreichen. Und ja, also für mich, mir hat das Spaß gemacht. Für mich war es jetzt, sage ich mal, so ein mittelgutes Spiel. Ich wollte es ja auch schon lange mal gespielt haben. Es geht auch bis zu fünf Mitspielenden, das ist auch ein Vorteil. Ich würde es auf jeden Fall wieder mitspielen, aber es ist jetzt kein Spiel, was ich unbedingt selber im Regal haben muss. Reisen wir dann ins ferne Japan und zwar pünktlich zur Zeit der Kirschblüte mithilfe eines kleinen Kartenspiels namens Ohanami. Das ist von einem Namensvetter von mir, nämlich von Steffen Bendorf, für zwei bis vier Spielende in 20 Minuten gespielt, ab acht Jahren. Ja, ich hatte Ohanami vor einiger Zeit schon mal gespielt und konnte mich auch daran erinnern, dass mir das damals sehr gut gefallen hat. Und jetzt ist es mir mal wieder in die Hände gefallen und wir haben das im Rahmen einer Zweierpartie gespielt. Ja, was machen wir hier? Also thematisch bauen wir einen Garten aus verschiedenen Bestandteilen, nämlich Pflanzen, Wasser, Steinen und eben Kirschblüten, Bäumen. Und dazu kann jeder Mitspielende bis zu drei Kartenreihen auslegen. Also das ist tatsächlich so ein bisschen ähnlich, so wie bei The Game. Das Ganze hat einen Drafting-Mechanismus zu Anfang jeder Runde. Es gibt drei Durchgänge, bekommt jeder Mitspielende zehn Karten. Man darf sich dann jeweils zwei davon aussuchen und die bei sich in die Auslage ablegen. Und wie gesagt, man kann nur drei Reihen bilden und man kann immer nur oben oder unten eine Karte anlegen. Und man muss natürlich dann dadurch darauf achten, dass man keine so großen Lücken hat, weil man sonst eben bald keine Karten mehr gut da anlegen kann. Die Karten sind durchnummeriert von 1 bis 120, wobei es eben nicht jede Zahl in jeder Farbe gibt, weil es eben nur 120 Karten sind. Und wie gesagt, in den drei Durchgängen werden jeweils andere Farben gewertet. Und das macht auf jeden Fall Spaß, weil man sich halt während der Durchgänge schon immer überlegen muss, je nachdem, welche Karten man da bekommt. Welche legt man jetzt? Also konzentriert man sich vielleicht eher erstmal auf die Farben, die schon in dem Moment Punkte geben in der aktuellen Runde? Oder baut man sozusagen vor, konzentriert sich vielleicht schon direkt auf die Kirschblütenkarten? Denn ich glaube, wenn man da 15 Stück am Ende gelegt hat, gibt es 120 Punkte, was ziemlich viel ist. Also das sind interessante Entscheidungen, die man da während des Spiels immer wieder treffen muss. Und so als Kartenlegespiel macht das ziemlich viel Spaß, finde ich. Also mir persönlich auch noch mehr als The Game, wobei das ja hier nicht kooperativ ist, sondern kompetitiv. Ja, also wer so ein kleines Kartenspiel für zwischendurch sucht, der ist mit Oanami auf jeden Fall schon mal gut beraten. Kommen wir dann zu einem weiteren kleinen Kartenspiel, nämlich Passt nicht von Schmidtspiele. Das Ganze ist aus dem Jahr 2023 für zwei bis sechs Mitspielende ab acht Jahren geeignet und ist in 20 Minuten gespielt. Ja, das Ganze sieht auf den ersten Blick doch ziemlich nach UNO aus, auch von der Gestaltung her. Wenn man sich die Karten so anguckt, die da drin sind. Also es sind die Karten von 1 bis 5 in diversen Farben. Als Sonderkarten sind lediglich Joker noch vorhanden. Und ganz ähnlich wie UNO geht es zum einen darum, seine Handkarten loszuwerden. Also jeder hat fünf Handkarten, aber es ist noch ein bisschen erweitert in der Form, dass jeder eine Auslage noch bei sich hat, in die man gerne möglichst hohe Zahlenkarten ablegen möchte, weil das dann nämlich Punkte sind. Und ja, das Ganze hat allerdings ähnlich UNO auch einen gewissen Ärgerfaktor. Also der Autor ist Thomas Weber und auf BGG steht tatsächlich über den Autor geschrieben, dass er mit seinen Spielen gerne Emotionen weckt. Und das ist hier tatsächlich auch der Fall. Also bei uns kam es deswegen aufgrund dieses Ärgerfaktors auch nicht so gut an. Denn es ist so, dass die anderen Mitspielenden das schon provozieren können, dass man ja Punktekarten, die man in seiner Auslage mühsam gesammelt hat, unter bestimmten Bedingungen eben wieder abgeben muss, auf den Ablagestapel zurücklegen muss, wenn man diesen Ablagestapel aus seiner Hand nicht bedienen kann. Und ja, das kann natürlich schon zu ziemlich frustigen Momenten führen, die wir durchaus auch hatten. Jetzt werden viele von euch sagen, ja, das ist ja bei UNO auch so und das ist ja gar nicht so schlimm. Also ich kann sagen, allen, denen UNO gefällt und die mit so einem gewissen Ärgerfaktor auch leben können, denen wird passt nicht wahrscheinlich auch gefallen. Ich finde es auch besser als UNO, weil es eben diese erweiterte Form hat mit dieser Auslage, über die man da noch Punkte sammeln kann und man sich dann eben entscheiden muss, habe ich jetzt schon genug Punkte in meiner Auslage und spiele ich jetzt darauf, meine Karten loszuwerden oder sammle ich noch weiter Punkte. Das ist ganz interessant. Also unterm Strich, ja, es ist ja auch relativ schnell gespielt. Auch wenn es bei uns in der Partie jetzt nicht so gut angekommen ist, würde ich es, denke ich, auf jeden Fall nochmal mitspielen und mal gucken, wie es dann so läuft. Kommen wir dann zu einem eher ungewöhnlich anmutenden kleinen Spiel namens Skull. Ja, das habe ich mir rein aufgrund des Covers in einem Spieleladen gekauft und ich habe natürlich schon geschaut, worum es geht, nämlich Bluffen, Bieten, Bangen. Das klang zunächst mal ganz interessant und es steht auch hinten drauf, das Spiel ist Bluffen in Reinkultur. Ja, und das stimmt auch. Und ja, es hat eine wirklich schöne Gestaltung, wie ich finde. Wir können da kurz mal reinschauen. Wir finden dann hier ganz viele Plättchen in so Bierdeckelgröße und jeder Mitspielende bekommt davon vier Stück. Das ist bis zu sechs Mitspielende. Und ja, diese Plättchen sind auf der einen Seite dann jeweils alle gleich und auf der anderen Seite sind drei Plättchen mit so einer Blüte jeweils und auf einem Plättchen ist dann allerdings so ein Schädel abgebildet. Und es ist, wie gesagt, ein Bluffspiel. Es geht dann darum, es geht drei um. Wenn man dran ist, legt man eines seiner Plättchen vor sich verdeckt aus. Und dann geht es weiter. Die nächsten sind dran. Man kann aber auch, wenn man dran ist, die anderen herausfordern. Also wenn dann jetzt alle Plättchen gelegt haben, mehr oder weniger viele, dann kann man sagen, ich fordere euch jetzt heraus und dann bietet man eine Zahl an Plättchen, die man aufdecken möchte, ohne dass man auf so einen Skull trifft. Ja, und man beginnt dann immer damit, dass man zunächst mal bei sich die eigenen Plättchen aufdeckt. Also jetzt nehmen wir mal an, ich hätte jetzt jeder zwei Plättchen schon verdeckt vor sich liegen und ich sage, ich möchte vier Plättchen aufdecken. So, dann muss ich erst beide Plättchen bei mir selber aufdecken. Da darf dann auch schon kein Skull dabei sein. Also wenn ich selber einen Totenschädel gelegt habe und habe das vergessen, dann bin ich schon raus quasi, dieses Mal. So, und dann, wenn ich die beiden bei mir aufgedeckt habe, dann darf ich dann jeweils entscheiden, wo bei den anderen decke ich dann so einen Totenschädel auf. Und wenn meine Herausforderung dann geglückt ist, also ich keinen Skull erwischt habe, dann darf ich hier mein Player-Plättchen sozusagen, also jeder hat noch so ein viereckiges Plättchen vor sich liegen, auf das dann diese Scheiben draufkommen. Das ist dann zunächst mit dieser Seite oben und dann dreht man das um, wenn man eine Herausforderung gewonnen hat. Und wenn man dann nochmal eine gewinnt, dann hätte man das Spiel gewonnen. Ja, also für Spielende, die Bluff-Spiele mögen, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Also es polarisiert sicherlich ein bisschen, weil es halt wirklich nur ums Bluffen geht. Es gibt keine weitere Mechanik und wer halt nicht gut Bluffen kann, der wird da auch keinen Blumentopf gewinnen. Und wer das aber mag, ja, gerade eben auch, ich mag ja auch gerne Spicy, ja, zum Beispiel, oder Coyote, ja, also solche Spiele, wo wirklich das Bluff im Vordergrund steht, für den oder diejenigen ist das wirklich, ja, nicht verkehrt, das mal auszuprobieren. In zwei Zweierpartien habe ich ein sehr ungewöhnliches Spiel gespielt, nämlich Roboter Randale. Ja, ich finde die Verpackung hier schon ziemlich schön von der Gestaltung her. Das Ganze ist hergestellt aus Holz, das gucken wir uns jetzt nämlich auch gerade mal an. Das Ganze gab es um die Hälfte reduziert bei einer deutschen Buchhandlungskette. Und deswegen habe ich mir das dann direkt mal zugelegt. Wenn wir das dann mal rausnehmen, dann sehen wir auch hier, wir haben hier so einen schönen Holzkasten mit so einem Verschluss hier an der Seite und den können wir aufklappen. Und wenn wir das tun, dann präsentiert sich uns ein Spielfeld. Ich habe mal hier diese Holzdisks, das sind Roboter, einmal grau und einmal rot, hier mal in so Tüten gepackt. Und wenn wir uns das hier jetzt mal anschauen, also das ist quasi das Spielfeld. Wir haben auf jeder Seite so ein Gummiband und in der Mitte ist so ein kleiner, ja so ein kleines Portal, sage ich mal hier, wo diese Disks, also diese Roboter genau durchpassen. Und es geht dann tatsächlich darum, eben diese Roboter genau da durchzuschießen. Also das heißt, man versucht jetzt hier mit dem Gummiband entsprechend da, ja, durch diese Öffnung da zu zielen. Und Ziel ist es einfach nur, jeder hat sechs von diesen Holzdisks, die auf die andere Seite zu schießen. Und man kann halt, wenn schon gegnerische Scheiben bei einem angekommen sind, kann man natürlich versuchen, die auch wieder zurückzuschießen. Und ja, und das wird dann ziemlich hitzig und stressig und irgendwie überraschenderweise oder auch nicht überraschenderweise hat das jeweils Spaß gemacht. Also wenn man gerade mal zu zweit ist und ja, vielleicht so zwischendurch oder halt zum Auffärmen als Absacker, wie auch immer, oder man noch warten muss auf irgendwas da, so eine Partie Roboterrandale zwischendurch, macht auf jeden Fall Spaß. Und ich sage mal, ich bereue es nicht. Es hat mich dann lediglich noch zehn Euro gekostet. Also wirklich ein schönes Spiel mit schöner Gestaltung. Ja, auf jeden Fall was für zwischendurch. Zusammen mit der Vroni und der Basti sind wir als Druiden in den Wald von Nemeton gereist. Das ist ein Spiel von 2018, was meiner Meinung nach ziemlich zu Unrecht doch relativ wenig Aufmerksamkeit erfahren hat. Dabei gefallen mir sowohl die Gestaltung als auch das Thema ziemlich gut. Bei mir stand es auch relativ lange ungespielt im Regal. Deswegen war ich froh, dass das jetzt endlich mal auf den Tisch gekommen ist. Ja, wir sind hier, wie gesagt, als Druiden in einem verfluchten Wald unterwegs und wollen diesen Wald letzten Endes von seinem Flug befreien. Dazu entdecken wir eine Karte. Immer wenn wir dran sind, decken wir ein neues Waldplättchen auf. Und legen das dann irgendwo am Rande des Waldes an. Und je nachdem, wo wir das tun, scheint dann thematisch der Mond in gerader Linie so in den Wald rein. Und lässt auf dieser Linie dann heilige Pflanzen wachsen. Je nachdem, welche Plättchen da liegen, welcher Untergrund das ist, wächst eine unterschiedliche Pflanze. Diese Pflanze können wir dann mit unseren Druiden einsammeln. Die brauchen wir dann, um magische Tränke zu brauen. Dafür bekommen wir Punkte. Außerdem können wir auf dieser Karte noch Monumente entdecken. Wie zum Beispiel Megalithen oder heilige Quellen und auch Bäume. Und wenn wir bestimmte Aktionen durchführen möchten, dann müssen wir uns erstmal zu einem dieser Orte begeben. Mit bestimmten Pflanzen können wir zwischen den Bäumen auch so umherfliegen. Gleichzeitig können wir uns auch noch die Hilfe der Tiere des Waldes an die Seite holen. Da gibt es unterschiedliche Tiere, die uns dann unterschiedliche Boni noch geben. Man muss dann auch ein bisschen aufpassen. Wenn man auf einem Feld mit einem der anderen Druiden landet, kann man dem eine Pflanze, die er bereits gesammelt hat, oder sie wegnehmen. Es gibt dann eine Position auf dem Playerboard, da ist die Pflanze, die da ist geschützt, das ist ganz links. Aber die anderen Pflanzen, da kann man sich dann eine stehlen. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Und natürlich, wenn man so Pflanzen wachsen lässt im Wald, und wenn man die nicht selber einsammelt sofort, dann stehen die auch den anderen Spielern natürlich zur Verfügung. Also auch da muss man dann ein bisschen gucken, dass man den anderen da vielleicht nicht unbedingt hilft, oder die halt selber entsprechend schneller einsammelt. Außerdem gibt es noch ein so Tableau mit diversen Zielen, die sind für alle gleich. Und je nachdem, welcher Spielende die zuerst erfüllt, gibt es dann entsprechend Punkte und auch noch einen Pflanzenbonus. Und ja, also das Spiel hat dadurch, dass man da auf der gleichen Karte so unterwegs ist und dann auch immer so um die Pflanzen konkurriert, doch einen ziemlich hohen Grad an Interaktion. Und ja, wie gesagt, das hat uns allen ziemlich gut gefallen. Es ist jetzt vielleicht nicht das beste Spiel, was ich jemals gespielt habe, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Spiel, was ich auf jeden Fall in der Sammlung behalten werde und was ich sehr gerne in nächster Zeit auch nochmal spielen möchte. Schließlich wurde es auch mal wieder Zeit für ein paar Hundespaziergänge und deswegen kam im Rahmen einer Zweierpartie zusammen mit der Jasmin Dog Park auf den Tisch. Ja, Dog Park ist so ein Spiel, was ich immer mal wieder gerne spiele und das ist natürlich auch für die Hundefreunde unter uns ein sehr besonderes Spiel, einfach aufgrund des starken Hundethemas. Was machen wir hier? Wir führen eine Hundepension und wollen über vier Runden jeweils neue Hunde in der Pension aufnehmen, diese dann anleinen und schließlich mit ihnen durch den Park spazieren gehen. Das Aufnehmen von Hunden passiert mithilfe eines Beat-Mechanismus. Beat-Mechanismen mag ich eigentlich relativ gerne. Dazu hat jeder Mitspielende hier so einen Leinenmarker. Der ist so doppelt und den kann man so drehen und auf der Rückseite wird dann hier jeweils eine Zahl von 1 bis 5 sichtbar. Ja, die legen wir dann jeweils verdeckt vor uns aus und bieten dann somit auf einen der ausliegenden Hunde. Und ja, es kann dann eben vorkommen, dass wir hier viel zu viel bieten. Also wir bieten Zuneigung, das ist dann auch die Währung in dem Spiel. Wer am Ende die meiste Zuneigung hat, der oder die gewinnt dann das Spiel. Und wenn wir halt der oder die Einzige sind, die auf einen bestimmten Hund bieten, dann kann es halt sein, dass wir viel zu hoch bieten, weil wir vielleicht denken, oh, der wird vielleicht oder der oder die andere wird auch auf den Hund bieten. Ja, da muss man sich halt ein bisschen überlegen und gucken, auf welche Hunde wollen jetzt die anderen vielleicht auch bieten. Das ist recht interessant. Und ja, wenn man dann neue Hunde aufgenommen hat, das sind zwei pro Runde, dann möchte man mit diesen Hunden im Park spazieren gehen. Ich zeige vielleicht mal so zwei, drei von diesen Karten. Also man sieht dann hier, hier hätten wir zum Beispiel einen roten Irish Setter. Man sieht dann auch, auf den Karten sind immer auch Links, beziehungsweise Links Ressourcen aufgedruckt. Hier zum Beispiel zwei Stöckchen. Es gibt noch Bälle. Sehen wir dann hier bei dem afghanischen Windhund Spielzeuge, wie jetzt hier bei diesem weißen Schweizer Schäferhund. Oder auch Leckerli, wie bei diesem Besserthund hier in der Mitte. Und diese Ressourcen braucht dieser Hund jeweils, um überhaupt mit uns im Park spazieren zu gehen. Das heißt, wir haben noch so ein bisschen Resource Management dabei. Diese Ressourcen bekommen wir zum einen von diesen Karten hier selber, aber auch im Park. Im Park haben wir immer das Dilemma, wenn wir da spazieren gehen, wir können ein bis vier Schritte gehen. Und wir wollen aber nicht unbedingt den Park zuletzt verlassen, weil wir dann weniger Bonuspunkte dafür bekommen. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch möglichst viele Ressourcen da einsammeln. Also wir müssen immer so ein Gleichgewicht finden, wie lange bleiben wir im Park, um möglichst viele Ressourcen zu sammeln. Aber gleichzeitig wollen wir den Park nicht als letzter Mitspielende verlassen. Und dann gibt es noch so Zuchtauszeichnungen, die da ausliegen, die wir dann erfüllen können. Da müssen wir so ein bisschen darauf achten, welche Rassen wir aufnehmen hier in unsere Hundepension. Und ja, also das macht wirklich immer mal wieder Spaß. Es gibt dann hier auch noch zwei Erweiterungen, die ich jetzt hier auch dabei habe. Das sind einmal berühmte Hunde oder auch hier europäische Hunde. Also man hat hier wirklich in dem Spiel richtig viele Hundekarten mit dabei. Das sind halt alles echte Rassen, die es auch gibt. Und so kann man dann spielerisch auch Rassen, Hunderassen noch entdecken, die man vielleicht vorher noch gar nicht so kannte. Also auch ganz nett. Ich würde eben sagen, nicht nur für Hundefreunde, natürlich speziell auch für die, aber auch für sonstige Spielende ist das wirklich ein nettes Spiel für zwischendurch, was ich immer mal wieder gerne auf den Tisch bringe. Dann habe ich mich auf eine ziemlich weite spielerische Reise begeben und zwar bis nach Mumbai in Indien, um dort auf Dabha Vala zu treffen. Das ist das neue Spiel von Queen Games für zwei bis vier Spielende ab acht Jahren und ist in 45 Minuten gespielt. Wir haben es hier mit einem Familienspiel zu tun, mit ziemlich ausgefallenem Thema. Und zwar geht es hier um die Essensauslieferungen in Mumbai. Da werden täglich wohl um die 200.000 Essen ausgeliefert, ohne den Rückgriff auf viel moderne Technik. Und das Ganze funktioniert dennoch so gut, dass das sogar schon das Interesse von Ökonomen geweckt hat. Ja, es gibt dabei die Dabas, das sind so zylindrische Behälter aus Metall, da ist das Essen drin. Und die Wallas, das sind dann die Menschen, die diese Essen dann ausliefern. Und zwar holen die die zunächst bei Großküchen oder auch teilweise wohl bei Privathaushalten ab, liefern die dann mittags an die Büroangestellten aus und bringen dann danach auch die leeren Behälter wieder zu den Ursprungsorten zurück. Und Dabha Vala bildet dieses Prinzip hier spielerisch ab. Das Ganze gliedert sich demgemäß auch in zwei Phasen. Wir haben erst eine Einsammelfase, in der platzieren wir unsere Wallas in Mumbai, setzen die an verschiedenen Einsatzorten ein, um damit Karten einzusammeln und verschiedenfarbige Dabhas in Form von so Tetris-Puzzlestücken zu bekommen. Diese puzzeln wir dann auf unserem Auslieferungsgefährt ein. Das Besondere an der Stelle ist, dass wir hier nicht nur in einer Ebene puzzeln, sondern bis zu zehn Ebenen hoch diese Teile schichten können. Wir müssen ja nur ein bisschen darauf achten, dass wir keine Lücken lassen, weil das dann Punktabzug gibt. Und ja, wenn wir alles eingesammelt haben, das heißt der Nachziehkartenstapel leer ist, dann geht es in die zweite Phase, nämlich die Auslieferungsphase. Und da geht es dann darum, diese Ebenen, die wir da geschichtet haben, schrittweise wieder abzubauen. Das machen alle Spieler parallel, wobei der oder die Spielende dann einen Vorteil haben, möglicherweise die höher gebaut haben, denn wenn jetzt jemand in einer Ebene nichts liegen hat, dann ist er in der Runde eben auch nicht beteiligt. Und man nutzt dann die gleichen Karten, die man vorher eingesammelt hat in der Einsammelfase, um dann festzulegen, wie viel Trinkgeld es jeweils für die einzelnen Farben gibt der Dabhas. Und das kann man dann wiederum, ja, das können die anderen Mitspieler dann auch beeinflussen. Man kann da auch Negativpunkte auslegen. Also jeder sucht dann eine Karte aus, die er hat, legt die verdeckt vor sich hin und die werden dann gleichzeitig aufgedeckt. Und somit wird dann der Wert des Trinkgelds für alle Dabhas, für alle Farben bestimmt. Und je nachdem, so viele Siegpunkte bekommt man dann auch pro Runde. Und wenn man dann alle Ebenen abgebaut hat, dann wird halt geguckt, wer hat das meiste Trinkgeld bekommen und damit auch die meisten Siegpunkte. Man kann dann in der Einsammelfase auch so Chai-Tee-Tassen sich noch einsammeln, wenn man das entsprechend zusammen puzzelt. Und auf die Weise bekommt man dann Bonuschips, die kann man dann auch noch in der zweiten Phase dazulegen. Das macht es noch so ein bisschen variabler. Ja, also zusammengefasst, mich hat das in den Partien, die ich bis jetzt gespielt habe, immer relativ gut unterhalten. Ich würde lediglich so ein kleines Fragezeichen an den Wiederspielreiz machen. Ja, also da bin ich mir nicht ganz sicher, wie lange das Spielprinzip tragen kann, wie lange das motiviert, dass man dieses Spiel immer wieder auf den Tisch bringt. Das, denke ich, wird sich im Rahmen von den nächsten Partien bei mir entscheiden. An sich finde ich es aber, ist es ein solides Spiel. Es ist natürlich ein bisschen, ja, nicht zu sagen swingy, aber in der Auslieferungsphase. Man muss halt darauf achten, dass man auch entsprechende Karten hat, um das Trinkgeld für seine eigenen gepuzzelten Dabbers da entsprechend einsetzen zu können. Denn wenn man keine Karten hat, von denen die Farben entsprechend matchen, dann wird man da halt auch nicht so viele Punkte machen. Da muss man ein bisschen drauf achten. Aber sonst, wie gesagt, es wird sich entscheiden, wie lange es noch in meiner Sammlung bleibt. Dann lagen Fairies and Magical Creatures auf meiner Reiseroute. Das ist ein Spiel von Forbidden Games, die auch Raccoon Tycoon gemacht haben, wer das kennt, aus dem letzten Jahr 2023. Die beiden Spiele haben auch optisch so gewisse Ähnlichkeiten, wenn man sich die Schachteln so anschaut. Und wir haben drei Grundmechanismen. Das wäre zum einen Deckbuilding, Area Control bzw. Majority. Das heißt, es geht darum, mit Würfeln Mehrheiten für uns herzustellen auf dem Hauptspielbrett. Und wir haben noch einen Plättchenlegemechanismus. Ja, das Ganze hat bei BoardGameGeek eine Bewertung von 6,6, was ich ziemlich zutreffend finde. Da ich ja immer sage, ab 7 sind es eigentlich immer recht gute Spiele und alles unter 7 ist halt so lala. Und so lala trifft hier eigentlich auch ziemlich gut zu. Dieser Mehrheitenmechanismus erinnert so ein bisschen an Aufbruch zum Roten Planeten. Mit dem Unterschied allerdings, dass man kein vorgefertigtes Deck von Anfang an hat, sondern sich sein Deck zusammen draftet aus einer Auslage. Und ja, man kann dann mithilfe der Karten, die man draftet, unter anderem vor allem eben Würfel in so sechs Bereichen platzieren. Und es geht dann darum, da jeweils Mehrheiten zu erlangen. Allerdings ist dieser Teil auch wiederum ziemlich chaotisch. Wie ich finde oder wie wir alle fanden, es kann halt sein, man legt da irgendwo Würfel rein und dann die nächsten Mitspielende, die da dran sind, die nehmen die Würfel halt gerade wieder weg oder verschieben sie woanders hin. Also das ist ziemlich zufällig, sodass man den Eindruck bekommt, ja, es ist eigentlich ziemlich glückslastig im Endeffekt, ob man es jetzt schafft, da Mehrheiten zu erlangen. Je nachdem, was die anderen machen, ob die einen da in Ruhe lassen in bestimmten Bereichen oder eben nicht oder ob da vielleicht sogar jemand dagegen einspielt in dem Moment. Ja, also das ist ziemlich swingy. Dann hatten wir auch den Eindruck, dass die Karten teilweise sich ein bisschen unbalanced angefühlt haben. Also die Ines beispielsweise in unserer Viererpartie zusammen mit Dennis und Benni, die hatte da eine Karte, die ihr wohl ermöglicht hat, drei Karten auf einmal in einer Runde auszuspielen. Das konnten wir alle nicht. Das war ziemlich stark. Ja, und parallel Plättchenlegermechanismus gibt es auch noch. Jeder Mitspielende hat dann noch so ein eigenes Board, auf dem man sich dann so einen Garten zusammen puzzelt. Das, muss ich sagen, macht noch halbwegs Spaß. Allerdings fühlt sich das auch nicht sonderlich thematisch an, sondern ja, mehr oder weniger so ein bisschen aufgesetzt, was dann dazu führt, dass man da auch nicht sonderlich involviert ist. Ja, beim Dennis war es sogar so, dass er das Spiel direkt nach der Partie jetzt wohl gerne verkaufen möchte. Der Benni war auch überhaupt nicht begeistert. Die Ines, glaube ich, so lala und ich auch nur so lala. Ja, ich hatte dann aber auch nicht den Impuls, es dem Dennis direkt abzukaufen. Deswegen wird das bei mir auch nicht einziehen. Und ich muss es auch nicht unbedingt noch mal spielen. Dann bin ich thematisch zumindest ins ferne Japan gereist und habe im Place in Frankfurt eine Partie Sushi Boat gespielt. Das war, glaube ich, ein Kickstarter aus 2023 für zwei bis fünf Mitspielende und ist so von der ersten Anmutung her erst mal ein recht skurriles Spiel. Wir haben da ein ziemlich großes Spielbrett. In dem Sinne tatsächlich Brett ist nämlich aus Holz. Das ist das Sushi Boat und da ist so eine Bahn für die Sushi Teller eingelassen. Und ja, man schiebt die dann im Spiel so da unten rein und die kommen dann oben auf der Bahn dann wieder raus. Links haben wir so einen verdeckten Bereich. Da verschwinden dann immer so zwei der Sushi Teller drunter. Da komme ich gleich nochmal drauf. Im Endeffekt handelt es sich hierbei um ein Set Collection Spiel. Das heißt, wir möchten diverse Sushi Teller gerne einsammeln. Und je mehr Sushi Teller gleicher Farbe wir am Ende in Folge eingesammelt haben, umso mehr Punkte bekommen wir auch. Auf den Sushi Tellern sind allerdings auch verschiedene Sushi Gerichte dann drauf, wobei die halt unabhängig von der Farbe sind. Und hier möchte man aber möglichst von jedem Gericht dann eins haben. Das heißt, zwar auf der einen Seite möglichst viele gleiche Farben auf seinem Stapel dann in Folge, aber auch von jedem Sushi Gericht mindestens eins. Ja, da muss man halt gucken, dass man da die richtigen Gerichte einsammelt. Wenn man dran ist, setzt man seinen Arbeiter oder seine Spielfigur an einen der möglichen Plätze ein auf dem Sushi Boot, deckt dann noch so eine Karte auf. Da sind dann auch so Ereignisse noch drauf und sammelt dann den Sushi Teller an der Stelle ein. Und ganz witzig vielleicht noch an der Stelle, es gibt so ein Wasabi Ereignis. Wenn das aufgedeckt wird, das kommt mehrfach vor im Spielverlauf, dann müssen alle Mitspielenden raten, welche beiden Sushi Teller, also welche Farben sich da gerade in diesem verdeckten Bereich auf dem Sushi Boot befinden. Und wenn man das richtig rät, bekommt man für jeden richtigen Tipp eben einen Punkt in Form von so einem kleinen Wasabi Würfel. Ja, also das ist ein ganz spaßiges Spiel, sage ich mal. Auch hier wieder Board Game Geek Rating 6,8, auch wieder ziemlich zutreffend, wie ich finde. Die Partie war ganz spaßig, allerdings fehlt dem Spiel meiner Meinung nach dann so noch der letzte Kniff, den es zu einem richtig guten Spiel machen würde. Ja, also es fühlt sich, hat der Tom Basel in seinem Review auch gesagt, man fühlt sich nicht sonderlich involviert in das Ganze. Also es ist zwar schon cool so alles, aber man wünschte sich dann doch vielleicht noch das ein oder andere, was einen da noch tiefer in das Spiel reinziehen würde. Also ich denke, ich würde es nochmal mitspielen. Ich hatte mir, als ich das erste Mal das Spiel gesehen habe, auch überlegt, ob ich mir das vielleicht selber kaufen würde, einfach weil es so skurril aussieht und auch skurril ist natürlich. Aber davon bin ich jetzt nach der Erstpartie, ist natürlich jetzt nur ein erster Eindruck, erstmal wieder von abgekommen. Wie gesagt, ich würde es im Place vielleicht auch nochmal mitspielen, wenn das dann nochmal jemand spielen wollen würde. Aber einen verstärkten Drang danach habe ich jetzt auch nicht unbedingt. Dann kamen zwei Spiele für die Schachfreunde und Freundinnen unter uns auf den Tisch, nämlich zum einen Kamisado und Katarenga. Ja, beide aus dem Hochverlag und beide naturgemäß entsprechend für genau zwei Mitspielende. Ja, wer Schach mag und wem aber eine Schachpartie vielleicht im Grunde zu lange geht, der sollte sich diese Spiele auf jeden Fall mal anschauen. Die machen nämlich wirklich viel Spaß, gerade wenn man zu zweit ist und auf der Suche nach was ist, was einen geistig dann doch mal ein bisschen mehr fordert. Ja, also da sind einem wirklich natürlich analog wie beim Schach ziemlich viele taktische Entscheidungen in jedem Zug abverlangt und das macht wirklich ziemlich viel Spaß. Aber beginnen wir zunächst mal mit Kamisado. Bei Kamisado spielen wir ausschließlich mit Türmen. Das Spielbrett beinhaltet diverse Farben und jeder unserer Türmer verfügt auch über eine Farbmarkierung, die dann wiederum einer Farbe auch auf dem Spielfeld entspricht. Und wenn wir dran sind, können wir einen unserer Türme beliebig weit bewegen, allerdings nur in gerader Linie, entweder gerade nach vorne, also vertikal oder diagonal. Und der Kniff bei dem Ganzen ist, dass jetzt das Feld, auf dem unser Turm zum Stehen kommt, darüber entscheidet, welchen Turm unser Gegner oder unsere Gegnerin im nächsten Zug ziehen darf. Wenn wir zum Beispiel auf einem gelben Feld stehen bleiben, dann darf der oder die andere den Turm mit der gelben Markierung bewegen. Und ja, das ist wie gesagt tatsächlich ziemlich brainburnig und das Ziel ist es dann natürlich, einen seiner Türme auf die gegnerische Grundlinie zu bewegen. Dann hat man gewonnen. Also hat richtig viel Spaß gemacht. Das bringe ich auch immer wieder gerne auf den Tisch und spiele es gerne mit, wenn man zu zweit ist. Dann kommen wir zu Katarenga. Das ist tatsächlich ziemlich ähnlich. Auch hier haben wir ein Spielbrett mit verschiedenen Farben. Allerdings ist das modular. Wir bauen das dann jeweils zufällig aus immerhin vier Teilen zusammen, sodass es dann pro Partie auch immer ein bisschen anders aussieht. Unsere Spielfiguren sind keine Türme, sondern so ein bisschen größere Holzpöppel. Und hier bei dem Spiel kommt es auch weniger auf die Farben der Felder an, sondern auf die Symbole, die da drauf sind. Der Kniff ist nämlich hier, dass das Feld, auf dem eine Figur steht, darüber entscheidet, wie sich die Figur bewegen kann. Es gibt da aus dem Schach entliehen vier verschiedene Bewegungsmuster. Nämlich zum einen das vom König, also ein Feld in alle Richtungen sich bewegen. Oder aber das vom Springer, vom Pferd. Dann darf man sich mit der Figur ein Feld vor und dann noch eins in gleicher Richtung diagonal bewegen. Oder man darf sich bewegen wie ein Turm, also in gerader Linie, horizontal oder vertikal. Allerdings nur bis zum nächsten Feld der gleichen Farbe. Und als Pferd ist noch wie ein Läufer, also diagonal, auch so weit wie man möchte, beziehungsweise nur bis zum nächsten Feld mit der gleichen Farbe, wie das Feld, von dem man gestartet ist. Ja, und auch das macht richtig viel Spaß. Also glaube auch nicht nur für Schachliebhaber. Auch hier ist es das Ziel, bis ins gegnerische Lager vorzudringen. Wobei es hier bei Katarenga nicht ausreicht, wenn man die Grundlinie des Gegners erreicht. Sondern da muss man dann erstmal stehen bleiben und braucht dann noch einen weiteren Zug beim nächsten Mal, um dann die Figur in das Lager stellen zu können. Das heißt, man hat dann als Angegriffner sozusagen noch die Möglichkeit, wenn man die dann hat, diese Figur noch zu schlagen, bevor die dann in das eigene Lager zieht. Ja, diese beiden Spiele in direktem Vergleich gefällt mir Katarenga tatsächlich noch ein bisschen besser. Einfach weil es eine höhere Varianz aufweist, aus meiner Sicht, aufgrund der verschiedenen Bewegungsmuster, die man hat. Und wie gesagt, beide Spiele aber sehr zu empfehlen für Zweierpartien. Wenn man geistig ein bisschen mehr gefordert werden möchte, macht auf jeden Fall immer wieder Spaß. Beide Spiele. Dann habe ich mich wiederum in die Natur begeben und habe endlich mal eine Partie Harmonies gespielt. Ja, viele sagen ja, das sei eine Mischung aus Azul und Cascadia. Dem kann ich grundsätzlich zustimmen. Vergleiche mit Tiny Towns gab es, glaube ich, auch noch. Das kann ich aber nicht beurteilen. Das habe ich nicht gespielt. Also mir hat das ziemlich gut gefallen. Es spielt sich ja so entspannt runter. Die Gestaltung ist wunderschön. Ich fand das Material auch schön. Bis auf diese Karten, da wird ja häufig kritisiert, dass sie ein bisschen dünn sind. Das wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Also es geht ja darum, dass man da quasi so vorgegebene Muster puzzelt mit verschiedenen farbigen Spielsteinen. Und ja, das, was man da baut, das sieht am Ende natürlich auch ganz schön aus. Das ist natürlich diese Dreidimensionalität, dass da die Stapel unterschiedlich hoch sind. Also man will da verschiedene Muster puzzeln, um da Lebensräume für verschiedene Tiere anzulegen. Und als Besonderheit dürfen die sich halt auch überlappen. Nur wenn da halt dann irgendwo ein Stein drauf liegt, dann darf man keine weiteren Steine mehr drauflegen. Also es hat schon auch gewisse taktische Aspekte, zumindestens auf das, was man da selber so zusammen puzzelt. Ich habe in meiner Erstpartie ein bisschen den Fehler gemacht, dass ich nicht so sehr darauf geachtet habe, was da für neue Karten gerade liegen. Denn die kann man sich ja schon nehmen, ohne dass man deren Muster bereits erfüllen kann. Das hatte ich noch nicht so verinnerlicht. Und dann hatte mir in der Partie der Nils, glaube ich, eine Karte weggenommen, die ich ziemlich gut hätte brauchen können, mit der ich noch ein paar Punkte gemacht hätte. Aber ja, also Harmonies, ein schönes Spiel auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall jederzeit wieder mitspielen und könnte mir auch gut vorstellen, dass wir das auf der Longlist zum Spiel des Jahres wiedersehen. Dann habe ich eine spielerische Reise nach Italien angetreten und wir haben zu dritt eine Partie Dice & Slice gespielt. Ja, dieses Spiel mutet beim Blick auf die Verpackung doch ziemlich skurril an, denn die sieht aus wie ein Pizzakarton. Und genau das ist auch beabsichtigt, denn es geht bei diesem Roland Wright darum, ein großes quadratisches Pizzastück, was wir haben, möglichst vorteilhaft in einzelne Stücke zu zerschneiden. Und wenn man diesen Karton aufklappt, dann ist das gleichzeitig auch ein Würfelturm, den man nutzen kann. Das ist schon ziemlich clever. Man hat dann zwei Würfel, wenn man dran ist, würfelt man die und auf diesen Würfeln sind verschiedene Schnittmuster drauf abgebildet. Und wenn man dran ist, darf man sich dann eben einen dieser Würfel aussuchen und die anderen Mitspielenden müssen dann das Schnittmuster auf dem anderen Würfel verwenden. Und Ziel ist es, ja, dieses eigene große Pizzastück eben in möglichst große, ja, rechteckige oder quadratische Pizzastücke zu zerschneiden. Denn je größer diese Stücke dann werden, umso mehr Punkte gibt es da potenziell auch. Und ja, je mehr man schon da zerschnitten hat, umso schwieriger wird es dann später natürlich auch im Spielverlauf, diese Schnittmuster dann passend da einzusetzen. Also die dürfen sich dann zwar so überlappen, aber man darf beim Schneiden sozusagen keines der bestehenden Stücke beschädigen, weil das dann nicht mehr als komplettes Stück zählt und man dann die Punkte nicht mehr bekommt. Ja, also ist ein verrücktes Thema auf jeden Fall. Ich bin ja nicht so unbedingt der Roll-and-Write-Fan, aber ich muss sagen, das hat doch Spaß gemacht. Ja, so dass ich das auch auf jeden Fall mal wieder mitspielen würde. Man soll ja als Brettspieler auch immer mal den Blick über den Tellerrand wagen und somit habe ich allen Mut zusammengenommen und eine Reise nach Aventurien angetreten. Ja, wir haben eine Partie, das schwarze Auge, gespielt. Der Stefan, viele Grüße an dieser Stelle, hat uns diese Partie ausgerichtet. Mit dabei waren auch die Jasmin als Halbelfin, die Tascha als Gauklerin, die Elena als Zwerg und ich als Schreiber. Ich war der Rondrigan. Ja, ich blende euch die Bilder hier auch mal ein. Ich habe dann mit einem KI-Tool, so zum Spaß, auch mal Bilder für uns erzeugt. Die sahen auch ganz gut aus, fand ich. Ich bin ja immer so für Immersion sehr zu haben. Ja, und wir haben vorher alle Fragebögen ausgefüllt, auf deren Grundlage der Stefan uns dann diese Charaktere erzeugt hatte. Und ja, dann haben wir einfach mal losgespielt. Wir sind gestartet in einem Wald. Da waren zunächst ich und die Tascha, die Gauklerin, wir waren mit Handschellen aneinandergekettet, weil wir wohl vorher was verbrochen hatten. Und wir haben dann erst mal versucht, in diesem Wald mit Steinen auf diese Handschellen einzuschlagen, um die aufzukriegen. Bis wir dann so mal den leisen Tipp von der Spielleitung bekommen haben, dass wir doch mal in unser Inventar schauen könnten. Und siehe da, wir hatten Dietrich mit dabei. Also immer ein guter Tipp, mal ins Inventar zu schauen. Konnten dann also die Handschellen loswerden, sind dann weitergelaufen, haben dann am Lagerfeuer die Elena, den Zwerg, getroffen, der sich da gerade was gegrillt hat. Und dann trat auch schon ein Bär aus dem Wald, der uns dann bedroht hat. Ja, also dem mussten wir uns dann erst mal stellen. Und dann saust auch schon ein Pfeil durch die Luft, geschossen von der Jasmin, der Halbelfin, mit ihrem Bogen in Richtung Bär. Ja, und die hat sich dann uns angeschlossen. Und wir mussten uns, wie gesagt, erst mal dieses Bären erwehren, konnten ihn dann auch in die Flucht schlagen. Dann haben wir natürlich überlegt, ja, was machen wir jetzt? Ich bin natürlich eher der Tierfreund. Also ich war nicht dafür, den Bär zu verfolgen, um da noch ein bisschen Fleisch zu kommen. Die anderen waren der andere Ansicht. Also dann sind wir in den Wald, dem Bären hinterher, haben ihn dann, ja, erlegt, hatten dann also zumindest was zu essen. Ja, sind dann weiter durch den Wald, sind dann in eine Stadt gekommen, sind da auf eine Nonne getroffen, die ein seltsames Verhalten plötzlich an den Tag gelegt hat. Und wir sollten dann herausfinden, warum das so ist. Allerdings dann war es dann an der Stelle schon ein bisschen spät, fortgeschrittene Uhrzeit. Ja, wir waren natürlich alles oder die meisten von uns zumindestens Rollenspielneulinge. Das heißt, die Abstimmung hat da immer mal ein bisschen länger gedauert und haben dann an der Stelle auch erst mal unterbrochen. Aber ich muss sagen, das war auf jeden Fall interessant. Ich hatte vor einigen Jahren schon mal eine kurze Rollenspielpartie mitgemacht. Das ist interessant, da mal teilzunehmen. Habe mir dann gleich auch einige Würfel gekauft und möchte gerne das auch wieder mal machen. Ja, ist natürlich, so Pen & Paper ist natürlich was ganz anderes als Brettspiel. Aber ja, ich wäre gespannt auf die nächsten Abenteuer, die wir da erleben. Zusammen mit dem Dennis und dem Thomas, den ihr schon aus einem Video unserer Mitspieler kennt, bin ich am Strand einer mysteriösen Insel angeschwemmt worden, um dort nach persönlicher Erlösung zu suchen und schlussendlich Vindication zu erfahren. Das ist ein Kickstarter-Spiel eines kanadischen Verlags, nämlich Orange Nebula. Die kennen wir zum Beispiel vor allem von Unsettled. Das ist dieses modulare Spiel mit den Planeten, auf dem man dann verschiedene Aufgaben lösen muss. Auch sehr schön. Ich war hier in der zweiten Kickstarter-Kampagne mit drin. Da war dann noch die Leaders and Alliances-Erweiterung, glaube ich, heißt die, mit drin. Ja, und dieses Spiel stand auch schon bestimmt jetzt zwei, drei Jahre in meinem Regal ungespielt. Und deswegen war ich auch hier sehr froh, dass ich jetzt die Gelegenheit hatte, das mit Dennis und Thomas endlich mal zu spielen. Ja, dieses Spiel ist auf mehrere Arten zunächst mal ungewöhnlich. Man weiß erst mal gar nicht, wie man das so einordnen soll. Ja, zum einen ist es, denke ich, auf jeden Fall ein Eurogame, fühlt sich auch Eurogaming an. Allerdings ist es dann teilweise wohl auch ein bisschen swingy, wobei man relativ gut darauf reagieren kann. Also ungewöhnlich fängt schon mal an mit dem Spielbrett. Das ist nämlich sechseckig. Ja, sieht dann natürlich auch ganz gut aus auf dem Tisch. Und das stellt dann diese Insel dar, auf der wir gestrandet sind. Und wir waren bis jetzt in dem Spiel schlechte Menschen. Und wir wollen jetzt alles dafür tun, um uns hier persönlich zu rehabilitieren. Dazu entdecken wir dann in der Mitte diese Insel. Also wenn wir dran sind, bewegen wir uns und decken dann Plättchen um uns herum auf. Das nächste Ungewöhnliche ist, dass wir uns nicht auf den Plättchen bewegen, sondern nebendran, also zwischendurch quasi. Und wir können dann die Orte, zu denen wir dann benachbart sind, die können wir dann benutzen, um dann zum Beispiel Ressourcen zu erhalten oder bestimmte Aktionen durchzuführen. Wobei die Ressourcen, auch wieder ungewöhnlich, sind keine materiellen Ressourcen in dem Spiel, sondern sind allesamt auf unseren Charakter bezogen. Also da gibt es dann so Ressourcen oder Ressourcen wie Strength, Inspiration und Knowledge. Also Stärke, Inspiration und Wissen. Das sind so die Grundressourcen, die wir haben. Die sammeln wir dann an, eben über verschiedene Orte oder auch über Begleiter, die wir uns dann da hinzuziehen im Laufe des Spiels. Und diese Grundeigenschaften oder Ressourcen können wir wiederum kombinieren zu stärkeren Eigenschaften, zum Beispiel aus Stärke und Inspiration wird dann Courage, aus Strength und Knowledge Vision und aus Knowledge und Inspiration wird dann Wisdom, Weisheit. Und mit diesen höherwertigen Ressourcen, also dadurch, dass wir zwei kombinieren, zu einer können wir dann wiederum andere Dinge tun. Das Ganze bilden wir ab in Form von Würfeln. Jeder hat so ein Playerboard, kann ich hier gerade mal zeigen. Das Ganze erinnert vom Mechanismus her mit diesen Schalen hier so ein bisschen an Terra Mystica vielleicht, wobei das jetzt hier kein geschlossener Kreislauf ist, sondern wir haben hier verschiedene Bereiche, in denen wir dann unsere Würfel platzieren. Wir haben hier zum einen ganz links unser Potenzial, gefolgt von Influence. Also die meisten Aktionen, die wir tun in diesem Spiel, machen wir mit Cubes aus dem Bereich Influence. Und dann haben wir hier noch ganz rechts im Bereich Conviction, Überzeugung. Also das sind dann relativ starke Cubes. Also wenn wir die bis dahin abgegradet haben, dann können wir damit bestimmte Aktionen machen, wie zum Beispiel Orte auf dem Spielfeld in Besitz nehmen. Da legen wir dann den Würfel drauf und wenn dann die Mitspieler diesen Ort benutzen, dann bekommen wir zwei Siegpunkte dafür, so als Beispiel. Also das ist vom Mechanismus her schon ziemlich interessant. Und am Anfang haben wir hier ziemlich viele Würfel in Influence und noch mehr, glaube ich, in Potenzial. Und um die dann hier rüber zu bringen, die Würfel müssen wir dann, das Kloster war das, glaube ich, besuchen. Und dann können wir ja hier Würfel entsprechend upgraden. Und wenn wir die eingesetzt haben, dann bekommen wir die auch wieder zurück vom Spielfeld und die landen dann wieder zumindest hier in dem Influence-Bereich. Und wenn wir es dann auch geschafft haben, ich glaube, das ist einer der Bedingungen, um uns eben selber persönlich zu rehabilitieren, müssen wir es schaffen, alle unsere Potenzialwürfel halt hier in den nächsten Influence-Bereich zu bekommen. Ja, das ist aber wie gesagt nur ein Aspekt. Man kann sich da im Spiel auf verschiedene Strategien verlegen. In der Partie mit Dennis und Thomas, die ich tatsächlich sogar gewonnen habe, überraschenderweise, hatte ich mich auf den Kampf gegen Monster verlegt. Monster bringen an sich relativ viele Punkte. Man besiegt die automatisch. Also der Kampf ist thematisch relativ schwach. Man geht da einfach an einen bestimmten Ort namens Gaping Mall, heißt er, glaube ich. Und man besiegt dann automatisch das Monster. Man braucht dafür allerdings einen Begleiter, einen Companion und kann halt Pech haben, dass der dann stirbt. Allerdings hatte ich einen Begleiter, der verhindert hat, dass der Begleiter von mir stirbt bei einem Kampf generell. Und das war natürlich ziemlich gut. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich schon diesen Begleiter habe, dann versuche ich es mal generell mit dem Kampf gegen Monster. Ja, und wie gesagt, diese Würfel, die man so hat, die werden dann rund um das Spielfeld platziert. Und manche werfen dem Spiel ja vor, es sei ein Cube-Pusher, also ein Würfelschubser, weil man das halt ziemlich häufig tut, dass man eben Würfel hin und her schiebt, sowohl auf dem Spielplan außen drumherum, als auch auf dem eigenen Spielerboard. Aber das habe ich jetzt gar nicht so erlebt. Also das war schon vollkommen okay. Das Spiel ist, oder ich sage mal, das Spiel möchte ziemlich thematisch wirken. Das gelingt zumindest in dieser Version allerdings nur bedingt. Also, ja, man kriegt das schon mit, dass man da auf so einer Insel ist und sich jetzt selber rehabilitieren möchte. Aber der Dennis hat jetzt, glaube ich, noch eine Erweiterung im Gebäck gehabt. Ancient Chronicles heißt die, glaube ich. Da kommt dann nochmal mehr Story in das Spiel mit rein. Also, ihr merkt schon, ich habe jetzt ziemlich viel über das Spiel geredet. Muss man wahrscheinlich auch, einfach weil es so ungewöhnlich ist. Die Partie hat uns allen, glaube ich, ziemlich viel Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall, inklusive. Und, ja, ich war mir immer unsicher, will ich das überhaupt hier behalten, weil ich ja gar nicht wusste, ob es gut ist oder nicht. Aber ich werde es auf jeden Fall behalten und möchte das in nächster Zeit auch gerne mal wieder spielen. Eben, ja, weil das viel Spaß gemacht hat, ist es natürlich eher schwer zu bekommen, vermutlich. Aber ich bin froh, dass ich es habe und hoffe, dass es demnächst mal wieder auf den Tisch kommen kann. Ja, da sind wir schon wieder durch mit der Spieleflut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und dann bleibt mir noch die Frage des Monats zu beantworten. Die hat sich, glaube ich, der Dennis ausgedacht. Und es ging dabei darum, welche Apps oder Hilfsmittel man benutzt, um seine Spielepartien zu loggen. Ja, diese Frage kann ich relativ schnell und einfach beantworten. Ich benutze nämlich noch gar keine, tatsächlich. Ja, das mag jetzt für den oder die oder die einen oder anderen oder den einen oder anderen vielleicht ein Schock sein. Aber es ist tatsächlich so, mir war das bislang ja irgendwie zu buchhalterisch, da meine Partien irgendwo einzutragen und zu loggen. Wobei mittlerweile, nachdem ich jetzt ja hier doch auch einige Spiele immer wieder für den Kanal bespreche, denke ich schon, dass das hilfreich sein kann. Ja, wenn man das loggt und sich dann besser einfach daran erinnern kann, mit wem man was gespielt hat, wann man was gespielt hat. Und ja, deswegen habe ich mir schon überlegt, da auch mit einzusteigen. Und werde mir da wahrscheinlich vom Benni und vom Dennis da sicherlich was empfehlen lassen. Aber wie gesagt, bis jetzt habe ich das nur in meinem Kopf gelockt und natürlich immer mal Fotos gemacht von den Spielen, die ich euch dann hier auch immer zeige. Ja, wie schon gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu den vorgestellten Spielen habt. Und natürlich auch, wenn ihr bei den nächsten Videos wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut und tschüss!